Let's go, Jungs. Jetzt darf das Internet aber nicht reinscheißen, sonst rast ich aus. Rat ich mal, was wieder reingekickt hat. Die guten Windows-Updates. Die guten Windows-Updates. Da ist er ja. Da ist er ja, Bruder. Was geht, Boy? Shoney Boy, was geht? Ganzen Tag noch nichts von dir gehört, Junge. Bei mir geht gar nichts. Was, Bruder? Was ist da los? Ah, krass. Es hat nicht mal die Benachrichtigung reingekickt. Also, in Discord zumindest nicht. Don Pascalito. Ja, moin. Einen wunderschönen guten Abend. Was geht, Boys? Bis 9 Uhr gepennt, dann aufgewacht, Medis genommen, dann bis 12 Uhr gepennt und seitdem liege ich nur im Bett. Junge. Aber hört sich auch krass telegant an. Ein bisschen entspannen, ein bisschen auskorenen, Bruder. Schadet auch mal nicht. Zumal am Tag nicht von morgens bis abends am PC sitzen ist auch ganz nice. Achso, Shoney Boy, warum ich nochmal offline gegangen bin. Und zwar hat mein PC Windows-Updates gemacht. Ja, und ich hatte Frame-Drops. Darum habe ich einfach mal schnell die Windows-Updates kicken lassen. Das war... Ja. Scheiße, diese. Achso. Jetzt ist wahrscheinlich die Xbox nicht verbunden. Doch, ist sie. Okay. Alles easy. Weißt du, was angenehm ist? Wenn du richtig krank bist, dir abends was zu essen machst, willst du durchs Wohnzimmer laufen und auf einmal dort drei fremde Menschen in Gespräche mit deinen Eltern führen? Ah ja. Angenehm. Hey, Bruder, was sind das für Menschen bei dir? Don. Was geht bei dir so, Bruder? Mit deinem Stefani... 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 Emote? Was ist da los? Irgendein Notfall muss gleich mal nachfragen. Keine Ahnung. Ah ja, ich hab übrigens die Emotes von dem Satz geändert. Jetzt weiß man mit meinen Tequila-Emotes, ob man gewinnt, gewinnt oder verliert. Jungs, habt ihr Bock? Bruder, ich hab richtig Bock. Und ich hab Durst, Alter. Und wir haben nichts zu trinken mehr. Jetzt muss gleich wieder aufstehen. Verdammt. Schon wieder nicht an alles gedacht. Okay, der letzte Schluck reicht noch für eine Viertelstunde. Don, du weißt, Bro, du schuldest mir noch. Da werden, äh, da ist der Schuldeneintreiber wieder am Start. Let's go. Schuldeneintreiber... It in, Alter. Schuldeneintreiber it in, Alter. Hey, Jungs, wo bleibt denn, äh, hier, die, äh, Benachrichtigungen? Ah ja. Hä? Bei der Kimi hat sie gekickt? Weird. Hä? Ähm, also ich sitz gerade kurz am PC, kann mich hier nicht halten. Leg mich wieder hin. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Ist strange. Schade, dass die nicht gekickt, irgendwie. Aber ist absolut fein. Dann starten wir einfach. Ah ja, das wollte ich noch schnell gucken. Okay. Funktioniert, also einmal frei. Let's go. Rein in Need for Speed, Alter. Rein in Need for Speed. Ah, ich muss den Monitor umschalten. Sonst wird es nix. Ah ja, okay. Der Notfall, der gerade besprochen wurde, ist schlimmer als gedacht. Ah ja, Lul. Muss ich euch mal Offstream erzählen. Ah, okay, okay. Der Junge. Schlimmer als gedacht. Das ist natürlich nicht nix. Ah ja, da ist unser krasses Auto. Ah, Null. Das muss ich nochmal kurz umdesignen. Ja, aber nicht in meiner Fam. Ah ja, okay, okay. Ja, Gott sei Dank, Bruder. Was ist da los? Don, vielen, vielen Dank für deinen Post, Bruder. Leck mich am Arsch, Alter. Das war ein wilder Nieser. Ah, das krasseste Auto im wilden Ast, Alter. Gesundheit, Bro. Danke, Brudi. Oh, Leck, Alter. Junge, Junge. So, wir schauen uns noch ein paar Community Raps an. Da finden wir doch was Neues. Was Nices. Ich will was Schönes. Kann man irgendwie nach... Irgendwie filtern oder suchen? Beliebt, neueste und im Trend. Schauen wir uns die Neuesten an. Oh. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Das ist einfach nur weiß. Kann das sein? Ja, lol. Hat jemand ein weißes Ding hochgeladen? Krass. Einfach nur krass. Grüße aus Shawnee Boys Bett. Grüße gehen wieder raus. Zurück in dein Bett, Bruder. Oh mein Gott. Da hat jemand Camouflage gemacht. Aber Bruder, das nehmen wir und ändern die Farbe auf ganz entspannte Basis. Ja, Mann, das nehmen wir. Das nehmen wir. Und wir ändern die Farbe einfach. Digga, ich drück doch A zum Grunderladen. Was ist da los? Niemand beliebt filtern. Ich war auch nie beliebt, aber ich bin trotzdem der Geilste. Hey, ich drück Komm schon Jetzt halt Folie erfolgreich heruntergeladen und an den Wagen angebracht Johnny Boy, du musst mir nochmal kurz Feedback geben, was Ton betrifft Und zwar habe ich schon wieder was umgestellt Ja, ich habe schon wieder was umgestellt und ich habe noch mehr Popup-Schutz auf meinem Mikro jetzt drauf Yeah, yeah Folie bearbeiten Wir machen jetzt mal die Scheibe, das machen wir da erstmal weg Weil keine Ahnung was da überhaupt draufsteht Löschen, löschen, löschen So muss das Einen Scheiben darf nichts stehen Schaut nämlich furchtbar aus Weg da Okay, da ist nichts Okay, da ist nichts So, nice Okay 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 Löschen Okay Okay Dann vorne bruder Nochmal a drücken Y Dann nochmal die Farbe wählen Super nice. Jetzt auf die andere Seite. Zack, zack, zack. Die Farbe wählen. Alles easy. Haben wir alles? Schaut richtig aus. 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 okay wir fahren bei tag raus da mach es all in wird er jetzt gönnen oder nicht können 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 all in all in gönnjärmin der gute gönnjärmin das wird schon wieder Sieht so richtig nice aus, muss ich sagen. So, Einstellungen. So... Irgendwo können wir etwas einstellen, was... Wir müssen uns treffen. Ich habe ein Angebot, von dem wir beide profitieren. Ich warte auf dich. Nee, gib mir 70k, dann all in. Ach scheiß drauf, all in. Er will einfach all in. So, driften. So, wo gehen wir driften? Wo gehen wir driften? Hier, Mann. Nee, das ist es nicht. Hier ist driften. Let's go. Ist er in der Nähe? Irgendwie... Nee, gibt's nicht. Na gut, dann fahren wir erst dahin. Nubis! Einen wunderschönen guten Abend, Nubis. Wunder kann noch der Kratzer den Rest behalten. So, jetzt müssen wir ihn nur kitzeln. Kitzelt ihn, Bruder. Kitzelt ihn. So viel ihr wollt. Meinst du, er ist am Bauch kitzelig? Na, Null. Safe. Boah, lol, Alter. Das Auto driftet aber übel krass. Okay. Was geht mit dem Auto ab? Drücken. There you go. There you go. Alge, ja, Mann. Es war mir eine Ehre. Alter, wie das Auto einschlägt, wenn man auf Bremse drückt. Das driftet halt richtig. Alter. Hm, und ich drei Herzinfarkte erlitten habe. Let's go, auch wenn es zwei Streams gedauert hat. Ja, aber ich glaube nicht. Der Rest ist vor allem kosmetisch. Der Wagen bedeutet hier viel, oder? Ich weiß noch, wie Papi mit mir zum ersten Mal über den Raceway gefahren ist. Ich war damals vielleicht fünf. Ah, es steht hier wie Go, okay. Er hat mich wie ein Rennkommentator angefeuert. Das war für mich der schönste Sieg aller Zeiten. Hör zu, ich muss Schluss machen. Ihr wartet Kundschaft. Pass auf dich auf, ja? Du auch. So, auf geht's. So, auf geht's. Der muss Geld doch gönnen, man. All in. Jungs. Ihr verzockt wieder alles, ich sag's euch. Hm. Hey, wo muss ich denn hier hin? What the fuck? Das ist super weird. See the hole? Let's go. Ich bin gespannt auf das Rennen. Der Rest gehört dir, ich bin reich. Ich geb schon mal den Command ein. Alter. Vogelperspektive, ey. Erreiche 90.000 Punkte? Okay. Nullull. Okay, mal sehen, ob das Ding klingt. Mal sehen! Mal sehen! Ich nehme die aus. Und ich habe mich viele, die auch alles zu spät. Ich habe mich von dem ein, wenn ich zurückkehren. Krass, mit dem Auto ist es auf jeden Fall leichter zu driften, aber es geht ab wie Sau, Alter.